Hallo liebe YouTuber und YouTuberinnen zu einem weiteren Folge. Let's play. Alter, ich habe schon lang nicht mehr diese Begrüßung gemacht. Hallo liebe YouTuber und YouTuberinnen, er ist wieder zurück. Euer Daniels und ich bin auch da. Ja. Hui. Hui. Wenn du meine Ansprache verarschen darfst, dann darf ich deine auch verarschen. Nein. Ja, du bist endlich wieder da. Juhu, wir können wieder aufnehmen. Ja. Ja, dann auf in der Arena. Juhu, ja, wir sehen uns dann gleich in der Arena wieder wahrscheinlich. Ja. Bisch gleich. Ja, aufnehmen. Wir wollen aufnehmen. Second Tuber. Lauch hat Geschmack. Ohohohoho, Lauchjunge. Lauch, bist du Team? Hat das gerade jemand geschrieben? Ja. Okay, das läuft gerade bei mir. Okay, ja, dann hi, Leute. Hallo. Hast du jetzt gestartet? Ja, ich habe jetzt gestartet. Schön, ne? Ja. Holnap auch? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Holnap ist auch hier. Ist doch sexy. Ach, du bist ja ganz hinten auf deiner Seite, ne? Ja, doch, du Nudel. Nehme auf. Äh, nee, Holnap. Ich will dich gegrüßt, Neapnap. Und alles Gute zum Geburtstag, Milno. Ach, du bist ja schon so alt jetzt. Ähm, ich würde sagen, du rennst mir hinterher. Ich bin jetzt auf meiner Seite. Okay. Hallo, rechts, rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. Okay, ich habe dich. Ich weiß, wo man hier lang kann. Deswegen, da möchte ich jetzt hin. Ich habe hier einmal gespielt. Ich weiß, wo ich hier hin kann. Ne, ich weiß ehrlich, hier in so einem Park ist mittlerweile schon. Das ist recht radikal. Oh, der da vorne, der möchte sterben, habe ich gehört. Ach ja, by the way, die Map heißt Chernobyl 2015. Und für die, die es nicht wissen. Was ein Schwert. Ich habe den gerade die Sachen daraus gemacht. Und, und, und jetzt. Hau dir diese lustige Ameise an. Wie ist denn der rausgekommen? Oh Gott, 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 oh Gott. Und ich habe ein Steinschwert drin, einfach. Und jetzt rennt er auch, und er fliegt. Lol. Ist das gespuckt. Oh Gott. Mal komm, bleib stehen, du Affe. Es regeneriert sich. So, steht da. Nja, Ruski. Ich will dich töten. Ja gut, dann renne ich dir jetzt nicht weiter. Ich will dir kurz noch ein bisschen die Map zeigen. Bist du noch da, wo du eben warst? Ja, ich bin hinter dir. Ach, du bist hinter mir, das ist auch süß. Ähm, da vorne müsste der eine Turm sein. Wenn ich jetzt nicht falsch bin. Ja, da vorne ist der Turm. Da gibt es nämlich auch noch was. Oh, Holnap. Der hat sich schon... XX-Zucker. Oh, ho, ho, ho. Holnap wurde gekillt von Richie. Richie wurde gekillt von Rob. Und Robi macht auch... Bitte, komm. Oh. Hier drinne Kiste? Ne, natürlich nicht. Wollt nur mal rein. Ja, doch. Ja, die ist aber geluchtet. Oh, hier ist auch Kisten. Ja, hoffentlich ist oben auf dem Turm noch ne Kiste. Kann auch sein, dass es schon welche waren. Bitte nicht. Hier im Wasser ist es ein... Oh, 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 lauch, 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 ich bin... Na, da ist unser Freund. Wie hat der mich... Ich boxe sogar... Sag mal, was ist denn das für ein Lecker? Ja, okay, das war ne Scheißrunde. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ne Runde. Oh, ja. Bis gleich, Leute. Wir sind wieder da. Boah, ich hab grad erst Aufnahme gedrückt. Nee, ey. Du es gesagt hast. Oh, das passt doch, ja, ich auch. Ja, Bär. Das war grad ne Scheißrunde, ne? Oh, ja. Aber der Typ hatte auch irgendwie überpowerte Sachen. Ich konnte ihn nicht sehen. Rennst du gleich, also... Wir rennen einmal kurz zur Mitte und dann... Naja, okay, jetzt. Also immer schaffe ich die... Nicht aus der Mitte rauszukommen, alter, alter, alter. Meins, 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 Enderperte, bitte. Okay, kommst du nach links? Also, du weißt, siehst du mich? Ja. Ich hab Weizen. Ich renne jetzt wieder den Weg von eben, okay? Jo. Allerdings rennen wir einfach am ersten Haus vorbei. Oder auch... Ja, doch, wir rennen am ersten Haus vorbei, weil die ein Schwert haben. Oh. Ich... Ja. Bitte nicht hinter mir, bitte nicht hinter mir. Ich möchte jetzt nicht nach hinten gucken. Hier hätte ich mein erstes Battle und der Typ, der ist die ganze Zeit abgehauen, bis er irgendwann, äh, gestorben ist. Grace ended. Oh Gott. Turm! Sag, du siehst mich noch, ne? Ja, ich bin hinter dir. Ich hab'n Stein schwer. Möchtest du Stur haben? Das sind zwei... Äh... Komm, einfach den Turm hoch, einfach den Turm hoch. Die werden uns ja so schnell nicht kriegen. Achso, äh... Nee, der eine verfolgt den anderen. Achso, ja, das ist ja gut. Ich, äh, ja, Schuhe zu schmeißen geht jetzt schlecht. Ich kriege den gleich oben, okay? Okay, einer ist hinter mir, ja. Okay, der kommt eh nicht, ähm... Das ist jetzt aber lustig. Hi. Beeil dich mal. Wilde Verfolgungsjagd. Ich warte gleich oben auf dich. Fritz mein Weizen. Fritz mein Weizen. Fritz mein Weizen. Warte, ich, ich lute schon schnell an die Kiste, bevor die erst kriegen. Was? Kettenhemd. Sag mir, sobald die oben sind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achtung! Seid vorsichtig, seid vorsichtig. Der tötet sich grad selbst. Ich nehm die Truhe da oben? Ja, genau, hol dir die Truhe. Die ist schon weg. Dann die zweite da hinten. Nein! Ja, Mädel, ich würd sagen, du bist gefickt. Tschüss! Scheiße! Oh Mann, ich wollt doch die Tüter. Jetzt schnell die Sachen holen, die da unten sind. Ja, scheiße, stimmt. Hatten die gute Sachen? Was? Hatten die gute Sachen? Äh, ich, der eine hatte ein Steinschwert. Und da läuft noch einer. Unten? Ja. Hol dir das nicht grad die Sachen? Äh, nein. Der ist im Haus, aber trotzdem schnell. Ja, ich muss kurz einmal rumlaufen. Ja, ich auch. Ich renne mal kurz ans andere Ende von der, ähm, Dings, okay? Mhm. Greifen wir uns gleich da. Und Goldapfel. Den find ich jetzt aber höchst erotisch. Hab ich schon Schuhe? Ich hab schon Schuhe, okay. Ach, hier, äh, rechts ins Gebäude, meinst du, ne? Da ist er drinnen. Was ist denn das für eine? Ähm, ein bisschen oben? Ne, ich bin unten. Oh. Ich bin halt im Gebäude und mach ne Bilderverfolgungsjahr. Ich hab mein Weizen wieder. Ich seh dich gar nicht. Ne, ich bin jetzt gerade im Haus, oben drauf. Äh, und... Hab mal kurz ein paar Sachen geholt, ne? Oh, ja. Ne Eisdose, ne Axt. Also, bist du auf dem Turm oben drauf, oder wie? Nein, bin ich nicht. Ich bin unten. Bin auf dem Hausdach drauf. Hausdach... Nooo... Ja, ich muss kurz Inventar sortieren, eigentlich. Ja, ich, ähm... Warte, ich warte kurz hier. Ich sitze... Achso, okay. Ich komm rauf. Führt ne Treppe nach oben. Leiter. Treppe? Wo bist denn du? Ich bin immer noch bei dem verdammten Gebäude. Ähm, nicht der. Ähm, das bist aber nicht du, der hier gerade links neben der Wand ist. Also, ich bin noch beim Turm. Bin ich recht radikal, dass da gerade jemand ist? Äh, Haus, Haus, Haus. Ähm... Ach guck mal, da ist schon mein nächstes Opfer. Äh, äh... Ich weiß wirklich gar nicht, wo du bist. Scheiße. Oh. Noob. Ich weiß was nicht, ich glaub ich komm da nicht mehr raus. Boah, ich... Oh Gott. Ich hätte dich befürchten, dass ich nicht mehr aus dem Gebäude, äh, aus dem Auto raus kann. In case of USA attack, run fast and shout. Okay, ich komm da nicht wieder raus. Aber der, der hat seine Sachen zum Glück auf der anderen Seite verloren. Ich bin bei dem Haus, bei den, bei diesem Hochgebäude, oder? Da steht in case of USA attack, run fast and shout. Ja, wo bist du, äh, ja, ich komm gleich, du, doch, wo bist denn du gerade? Ähm, ich bin immer noch bei dem Monster Turm, was das auch immer ist. Ja, bei den komischen Gebäuden, ja. Aber nicht oben, sondern unten. So, ja, ich bin in so einem Gebäude, vielleicht dann neben. Ähm... Holz, Stein, Haus? Warte mal, vielleicht kannst du mich gleich sehen. Ähm... Äh, totale Verwirrung. Du bist auch den ganzen Gang lang gelaufen, oder? Oben? Ja, oben bin ich ganz im Gang entstanden. Ah, da oben! Ja, unten ist so ein Schild. Sehr schön. Hab mal kurz zwei Kills gemacht, ne? Oh, da ist drei, oder? Zwei. Die anderen zwei, die ich eben eigentlich... Ach so, die zählen ja, ah. Die zählen nicht, weil die einfach nur durch Fallschaden gestorben sind. Ich gebe dir gleich mal ein bisschen Müll ab, ne? Ja, ich gehe Treppen nach oben. Treppen nach hoch. Oh, da ist eine Truhe. Ja, die ist gelootet, keine Angst. Oh, mein, jo. Ich hab doch für alles. So, Mokba. Ach so, äh, hier ist Poland. Ja, Poland. Pol, Polenland, ne? Ja, wo es, äh... Deutsch ist Schland, wo es Schland? Schland, wo Schland. RfN, NRD, ja, super. Du hast alle Rüstungsteile, ne? Ich hab gar nichts. Ich hab nur Schuhe. Leder Schuhe. Das so, ja. Leder Schuhe. Hey, mach ich komisch, weil ich auch nur ein bisschen. Möchte zum Schwert haben? Äh, ja. er besitzt so viel Müll da wird als jemand durchschnitt menschliche wieder spielen heißt was lustig ist er kommt mir gleich entgegen und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde abschlachten ich habe hier wir gehen kurz noch mal nach oben weil da fühle ich mich gerade ein bisschen sicherer dann können wir da kurz noch mal ein bisschen mehr so ich habe wenig essen das ist übrigens auch nur auf dich geachtet hatte ich das Gefühl eben ich glaube auch ich bin runtergefallen ich habe nur noch eineinhalb Herzen das ist jetzt aber blöd das ist blöd ja hast du Essen? ich habe Essen ohne Ende ich habe jetzt auch einen Bogen weißt du Alter ich habe zwei Bögen ach das ist auch schön du bist auf dem Dach ja? ja ich bin auf dem Dach ok unterwegs ich muss bloß ganz viel Scheiße wegschmeißen was ist das für ein Gebäude? Hi das ist auch irgendein Gebäude hier loski loski oh nom schenk ich dir und hier auch noch Weizen möchtest du Goldschuhe haben dann sind wir so Partnerlook ja Nessi HD ach wie nervst oh ich möchte wissen was das für ein Gebäude ist möchtest du einen Bogen haben? ich bräuchte noch ein bisschen Essen ja noch mehr ähm ich brauch noch ich bin ich hab Achtung da kommen grad zwei hoch oh nein zwei schlachten die sich wow und genau jetzt hat sich es tut mir leid wenn ich ah ja NEIN sag mal sag mal sag mal der kommt auch noch der kommt was zum Teufel das sind grad drei vier ne vier Leute die hier waren was war das denn? alter hast du das gesehen? nein ich bin vorher noch verrückt wow warum? ich hatte nur noch eineinhalb Herzen und der hat auf mich geschlagen buff näh genius ja gut äh ich würd sagen wir sehen uns beim nächsten Mal wir sehen uns beim nächsten Mal oh ja mhm bis dahin tschüss tschüssi